Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe, nicht der Weisheit, letzter Schluss. Heute mal wieder was anderes, wie man Hörspiele anpasst für verschiedene Gelegenheiten, zum Beispiel fürs Einschlafen und andere Gelegenheiten. Erstmal kurz über mich, ich bin der Hauptentwickler vom Softwareverteilungssystem M23, ich organisiere die Kilo Open Source und Linux Tage und ansonsten bin ich auch noch Dienstleister zu M23 Linux und freier Software und mache alles mögliche in dem Bereich. Letztendlich alles, was irgendwie mit Linux zu tun hat oder Open Source. Und außerdem, passend am Ende ein bisschen was dazu, ich höre auch gerne Hörspiele an verschiedenen Orten. Warum sollte man Hörspiele überhaupt anpassen und wie? Hörspiele versuchen ja normalerweise so diesen Höreindruck nachzubilden, den man sonst selbst hätte, wenn man am Ort des Geschehens wäre. Wenn man jetzt ein Detektiv ist und mit einem Ohr an einer Tür lauscht, um ein Gespräch zu verfolgen, dann tut das eine Ohr eben, ja, etwas und das andere eben nichts. Das eine hört eben dumpf dieses Gespräch und das andere, naja, das hört es halt eben nicht. Das ist natürlich realistisch, aber hat halt den Nachteil, dass man auch immer beide Ohren braucht, weil auf dem einen Teil ein wichtiger Teil laufen kann und auf dem anderen dann wieder ein wichtiger und wenn einem da was fehlt, dann versteht man ja die Geschichte nicht mehr. Ist natürlich blöd, wenn man Hörspiele zum Einschlafen hört und dabei an der einen Seite ein Stöpsel drin hat und dann hört man halt eben bloß die Hälfte von irgendwelchen Gesprächen oder sonst was und dann versteht man es irgendwann nicht mehr. Ist eigentlich auch zum Teil egal. Wenn man denn eh einschläft, dann ist es sowieso egal. Aber wenn man diese Geschichte nachverfolgen möchte, kann man jetzt diese MP3-Dateien, das ist, würde ich sagen, das häufigste Format heutzutage, das Hörspielprojekt, was ich oben auch verlinkt habe. Da gibt es viele freie Hörspiele von Leuten, die das ja aus Spaß an der Freude machen. Da sind auch sehr, sehr gute Hörspiele mit bei. Höre ich auch immer wieder gerne mal vorbei, was es dort so gibt. Ja, wieder zurück dazu. Wie passt man das Ganze an? Ich habe dazu ein kleines Skript gemacht, was Teil von meinen Dodger-Tools ist, was den Dynamikumfang und den Stereoabstand verringert. Dynamikumfang ist letztendlich, dass es innerhalb von einem Musikstück, von einem Hörspiel, sehr leise Abschnitte gibt und auch sehr laute. Also, dass der Unterschied zwischen leise und laut sehr groß ist. Ist natürlich blöd, wenn auf einmal eine Explosion ist, dann wacht man nachher doch wieder auf oder irgendwelche Sachen ganz leise geflüstert werden und man hört es halt nicht. Ist blöde. Also, Dynamikumfang verringern bedeutet, dass leise Abschnitte lauter werden und laute Abschnitte werden leiser. Und den Stereoabstand, den verringere ich auch noch, sodass die Unterschiede zwischen dem linken und dem rechten Kanal, also letztendlich linkes Ohr, rechtes Ohr, auch geringer sind, sodass man eben, wie in dieser Gesprächssituation, dass man auf beiden Ohren denn das hinter der Tür hört. Ist denn zwar nicht mehr so immersiv, glaube ich, nennt man das, wie normalerweise, aber es reicht, wenn man den Stöpsel in einem Ohr drin hat, um alles mitzubekommen. So, ich habe die Dodger-Tools einmal erwähnt. Was ist das überhaupt? Das ist so eine, ja, letztendlich Skriptsammlung mit, ja, Bash-Werkzeugen und Debian-Paketen, wo ich alles Mögliche mal gesammelt habe, was ich irgendwie praktisch fand für mich, für andere. Und dort sind verschiedene Themenbereiche mit enthalten. Jetzt relativ neues, Bearbeitung von Sound-Dateien, eben die Skript, was ich dort vorstelle, oder auch intelligentes Editieren von Textdateien, automatisiertes Aktualisieren von Servern, Backups, Monitoring, Sätzen von IP-Adressen und so weiter und so fort. Wenn euch das interessiert, könnt ihr hier auf der SourceForge-Seite mal nachgucken, was es dort noch so alles gibt. Und ansonsten hier die Kurzvariante, wie ihr das Ganze installiert. Ich habe euch ein kleines Skript dort bereitgestellt, was euch die Dodger-Tools installiert. Wie das Ganze noch etwas ausführlicher funktioniert. Im Hintergrund könnt ihr in diesem Video hier unten sehen. Klickt da einfach mal drauf, wenn ihr es sehen wollt. Ansonsten mit diesem Teil mit, ja, CD, Temp, Skript runterladen, ausführen. Als gut seid ihr denn damit auch soweit. Diese einzelnen Skripte, Module, die in diesem Dodger-Tools-Paket drin sind, die haben auch Abhängigkeit zu anderen Debian-Paketen, die nicht standardmäßig mitinstalliert werden. Ich wollte damit eine große Sammlung von Skripten in diesem Dodger-Tools-Paket haben, ohne dass ich dann gleich eine Festplatte mit Paketen fülle, die ich normalerweise nicht brauche, weil ich bloß einzelne Module brauche, aber eben nicht alle. Also müsst ihr im Zweifelsfall noch Pakete nachinstallieren. Aber wenn ihr das erste Mal dieses jeweilige Modul aufruft, steht da auch bei, ja, damit das funktioniert, brauchen wir noch das Tool XY. Wenn ihr jetzt einfach alles mitinstallieren wollt, dann installiert ihr neben den Dodger-Tools auch noch dieses mit Minus Minus Install Minus Suggests, also die vorgeschlagenen Pakete, die gebraucht werden für alle Module, dann könnt ihr das in einem Zug noch mitinstallieren. Wenn ihr jetzt bloß die Pakete installieren möchtet, für die Ausführung von diesem Modul, was wir heute uns zusammen angucken, dann installiert ihr die Pakete MPG-123, SOX und LAME nach. MPG-123 dekodiert MP3-Dateien zu WAV-Dateien, also macht das Ganze größer. SOX ist quasi das Schweizer Taschenmesser der Audio-Bearbeitung, also quasi, was ihr so mit Audacity machen würdet in Grafisch, könnt ihr über Parameter auch mit SOX machen. Und dann noch LAME wandelt WAV-Dateien wiederum zur MP3 um, also komprimiert das Ganze nochmal neu. Ihr könnt euch auch meine Kurzanleitung, die ich dort auch verlinkt habe, angucken. Das habe ich schon vor ein paar Jahren mal gemacht, mit ein bisschen anderem Fokus, aber da könnt ihr auch nochmal so ein paar Beispiele für SOX euch angucken. Dann, wie funktioniert das Ganze? Nachdem ihr das installiert habt, die Dodger Tools, habt ihr eben das Programm dt-snd, also dt für Dodger Tools. Snd ist quasi die Kategorie. Es gibt auch weitere Kategorien, sowas wie Doc für Dokumentbearbeitung. Dokumentbearbeitung. Dann gibt es noch sowas wie BAK, also für Backups machen und viele weitere. Aber wir befinden uns jetzt eben in diesem Soundbearbeitungsteil. Und das Modul heißt dann Zusammenhalt dt, snd-less-stereo und danach gebt ihr den Namen von dem MP3 an, was ihr bearbeiten, anpassen möchtet. Dieses MP3 wird einmal eingelesen, dann wird das Ganze neu berechnet und es wird auch überschrieben. Also euer ursprüngliches MP3 ist dann auch weg. Also wendet das bitte nur auf Dateien an, wo ihr ein Backup habt oder wo ihr, ja, wo es egal ist, wo ihr das ursprüngliche nehmen haben möchtet. Wenn ihr jetzt mehrere MP3-Dateien in mehreren Unterverzeichnissen habt und die automatisch anpassen lassen möchtet, habe ich da noch so ein kleines Skript gemacht, was letztendlich Verzeichnisse durchsucht. Vom aktuellen Verzeichnis, wo ihr das Skript drin startet, geht dann jedes Unterverzeichnis einmal rein guckt einmal nach, ob es eine Datei lessDereo.done gibt und wenn es die schon gibt, ist das Verzeichnis markiert für wurde schon bearbeitet, hier nicht nochmal rein. Und dann wird über die weitere Vorschleife im jeweiligen Verzeichnis geguckt, welche MP3-Dateien sind und die werden einmal einzeln in das DTSND lessDereo hineingefüttert, sodass die alle nacheinander bearbeitet werden. Und am Ende wird jedes durchgearbeitete Verzeichnis einmal mit diesem lessDereo.done markiert. Touch legt eine neue leere Datei an, die exakt so heißt. Und wenn das durch alle Verzeichnisse und Unterverzeichnisse gelaufen ist, dann gibt es in jedem Verzeichnis so ein lessDereo.done. Und wenn ihr dann dieses Skript nochmal durchlaufen lasst, dann passiert eben gar nichts mehr, weil es ist schon fertig. So, gucken wir uns das Ganze jetzt nochmal an, was in diesem Skript drin ist. Am Anfang steht drin, dass das Ganze mit bin Bash interpretiert werden soll. Das ist nämlich ein Bash-Skript. Dann haben wir hier für die Dodger Tools spezifische Parameter. Die sind durch die Raute hier auskommentiert, also die Bash, die interpretiert da nichts rein, sondern das ist einfach bloß Kommentartext, aber die Dodger Tools werten das halt aus. Die ist dt.needs überprüft, dass folgende Programme vorhanden sind. Und sollte das nicht der Fall sein, sollte eins von denen hier halt fehlen oder mehrere, dann würde es halt eine Fehlermeldung geben. Ja, damit du das Programm benutzen kannst, musst du noch folgende Programme installieren. Dann haben wir hier die Beschreibung, was das Ganze macht. Und dann gibt es als Parameter, als einzelnen Parameter wird definiert, dass ich eine vorhandene Datei übergeben muss. Und das sollte eine MP3-Datei sein. Dann gibt es hier so eine Bibliothek, die wird dort hineingebunden und dort sind halt Funktionen für die Dodger Tools drin, die sorgen unter anderem dafür, dass diese einzelnen Zeilen hier ausgewertet werden und dass die Überprüfung nach dem Vorhandensein von diesen einzelnen Programmen halt stattfindet. Wenn das jetzt soweit alles funktioniert hat, Programme sind installiert, dann nehme ich den ersten Kommandozeilen-Parameter, also die MP3-Datei, wird in die Variable in hineingeschrieben und hier lege ich noch weitere Variablen fest für, ja, als Basis für Eingabedateien, für die Ausgabedateien, denn wir haben nachher ein paar mehr. Und damit man auch mehrere Instanzen von diesem Skript gleichzeitig laufen lassen kann, wird auch durch dieses $$ die Prozessnummer dieser Skript-Instanz mit angehängt, so dass beim ersten Durchlauf hätte ich dann vielleicht eine 12 hier, beim zweiten mal eine 24 und wenn ich die beide parallel laufe, kommen sich die nicht ins Gehege. Dann überprüfe ich hier noch mit dem File-Kommando, ob das Ganze eine richtige MP3-Datei ist. Dort sollte dann MPG stehen und Layer 3. Wenn das jetzt nicht der Fall ist, also Fundstellen sind weniger als 1, also letztendlich 0, dann gibt es eine Fehlermeldung, das ist überhaupt keine MP3-Datei und beendet das Skript. Sollte das jetzt auch funktionieren, dann wird hier diese Eingabe MP3-Datei genommen und zu einer Wave-Datei entpackt. Nachdem wir jetzt dieses Wave haben, werden jetzt beide Stereokanäle nochmal aufgetrennt in eine linke Wave-Datei und eine rechte Wave-Datei und das Ganze wird auch noch auf 75% der ursprünglichen Lautstärke verringert. Das brauchen wir, damit es nachher keine Übersteuerung gibt. Jetzt wird auch noch die ursprüngliche Wave-Datei genommen und beide Kanäle zu Mono gemischt. Dann haben wir noch eine Mono-Wave-Datei. Und jetzt wenden wir eben noch den Kompressor an. Der Kompressor sorgt dafür, dass dieser Dynamikumfang geringer wird. Dann nehmen wir hier die Mono-Spur, also quasi das, was wir aus linken und rechten Kanal gemischt haben, zu einer weiteren Wave-Datei, wo der Kompressor drauf angewendet wird. Dann machen wir das Ganze auch wieder leiser auf 75% wegen der Übersteuerung. Dann haben wir noch eine weitere Wave-Datei. Und jetzt packen wir das Ganze wiederum zusammen. Wir nehmen jetzt den linken Kanal und die Mitte in der leisen Variante und machen daraus eine neue Wave-Datei für den linken Kanal. Dasselbe machen wir mit dem rechten Kanal, wo wir die Mitte und den rechten Mono-Kanal mischen. Hinterher nehmen wir jetzt wiederum beide Mono-Spuren für den linken und den rechten Kanal in der bearbeitenden Form und schreiben unsere Ausgabe Wave-Datei. Und die komprimieren wir jetzt nochmal neu. Und dann haben wir wiederum eine MP3-Datei. Und hinterher wird noch ein bisschen aufgeräumt, dass diese ganzen Wave-Dateien wiederum weg sind. Ja, das ist das, was dahinter steckt, dass das so funktioniert. Wie sieht das Ganze aus? Ich habe hier mal in Audacity oben die unbearbeitete Original-Variante von so einem vorbeifahrenden Auto. Das sind die beiden Stereo-Kanäle von dem Original, die oben sind. Und unten ist die bearbeitete Form. Wenn man ihn jetzt oben sieht, das Ganze ist so ein bisschen verschoben. Das Auto kommt von der einen Seite, fährt an einem vorbei. Und eine Seite laut, leiser, leiser, leiser. Und die andere ist dann laut. Und dann wird es da wieder. Also es fährt halt vorbei, wie man es halt so kennt. Wenn man vor so einer Autobahn steht zum Beispiel. Und in der angepassten Variante sieht man halt, dass diese Verschiebung nicht mehr so offensichtlich ist. Und dass wir hier auch noch so ein paar Stellen haben, wo das Ganze von der Lautstärke eben auch eher angepasst ist. Also die leisen Stellen, die wir am Anfang haben, die werden angehoben. Und am Ende auch so ein bisschen. Das wird alles so ein bisschen angeglichener. So, wenn wir uns das Ganze jetzt noch einmal quasi anhören, wie das halt klingt. Ich habe die beiden Dateien, also wiederum ursprünglich oben und bearbeitet unten, hier einmal in Audacity reingepackt. Und ich kann über Stumm jetzt sagen, dass ich bloß den oberen Teil haben möchte. So, ich bin jetzt einmal ganz leise und dann hören wir uns das einmal an. Das war jetzt das Original. Und im Gegensatz dazu, jetzt mache ich das umgekehrt mit dem Stummschalten und jetzt noch mal gleich die Bearbeitefassung. Achtung! Genau. Das ist das, was dabei rauskommt, wenn das da einmal durchgelaufen ist. Und ja, genau. Das kommt da letztendlich raus. Wenn ihr das irgendwie selbst anwenden wollt, installiert euch einfach die Deutsche Tools, lasst das über eure Hörspiele drüber laufen. Und dann funktioniert es eben auch, wenn ihr es bloß mit einem Ohr hört oder wenn ihr euch in relativ lauten Umgebungen befindet, wo es ganz praktisch ist, wenn beide Ohren zusammenarbeiten und dann sich gegenseitig ergänzen, sodass man alle Teile halt zusammen hat. Ja, das war es dann auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und abonniert gerne, wenn euch das gefällt. Viel Spaß beim Nachmachen, beim Nicht-Nachmachen. Ansonsten bis dann und Tschüss.